Meine Zeit, mein Strom, meinen Garten, mein Auto, meine Leidenschaft, mein Brot, meine Wohnung, meinen Glauben, meine Ideen, mein Werkzeug, meine Nummer, meine Motivation, meine Hoffnung, mein Lächeln, meinen Bildschirm. Und was teilen Sie? Sie haben eine Idee, wie das Teilen als soziale und ökonomische Praxis unsere Gesellschaft verändern kann, wie Teilen zusammenbringt und Freude macht. Bewerben Sie sich jetzt für den Akademiepreis der Evangelischen Akademie Bad Boll. Akademie Akademie